Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich Willkommen auf DOWG, meine lieben Freunde. Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Unser heutiges Thema dreht sich um den Rapper Kollegah. Kollegah, der wohl derzeit in einer der größten Shitstorms seiner Karriere steht, würde ich mal so sagen. Das Portal Rap.de hat im Internet veröffentlicht, und zwar, was ist mit Kollegah los? Und zwar hat dieses Portal einen wirklich sehr detailreichen Artikel verfasst, Freunde, der wirklich, ehrlich gesagt, für viele Fans komisch rüberkommt. Aber ich als Kollegah-Fan, ich bin wirklich ein sehr großer Kollegah-Fan gewesen, meine lieben Freunde. Schrägstrich bin es zum Teil immer noch. Musikalisch ist der Rapper ein Genie. Musikalisch kann ihm, glaube ich, keiner das Wasser reichen, meine lieben Freunde. Aber hin und wieder kommt da dieses bosshaftartige Charakter aus ihnen heraus, das natürlich für viele ziemlich unattraktiv rüberkommt oder auch ziemlich unangenehm rüberkommt. Mit seinem Kanal Felix Blume, was er Anfang des Jahres starten wollte, wollte er eigentlich einen ganz anderen Kollegen euch präsentieren, und zwar den Felix Blume selber. Das Ganze ging natürlich in der Hose, indem er mit Dirk Kreuter dieses Festival oder dieses Motivationscoach-Ding da planen wollte, Freunde. Da wollte er 2.500 Euro für einen höchstpreisigen Ticket haben, ja, also er sollten wohl günstigere Tickets rauskommen für 69 Euro. Aber 69 Euro finde ich auch ziemlich heftig, Freunde, wenn man überlegt, man sitzt da und da labert hinten einer. Und im schlimmsten Fall sitzt du ganz, ganz hinten und hörst vielleicht nur... Und dann noch am Ende dieses Echo, wo du sowieso nichts mehr verstehst. Also das ist nicht mehr Alpha, meine lieben Freunde. Also gehen wir weiter auf diesen Artikel ein, meine lieben Freunde. Also ich habe ihn mir durchgelesen und ich finde, der Artikel ist wirklich... Der trifft das Ganze wirklich auf den Punkt, meine lieben Freunde. Also wenn da wirklich jemand sagt, ey, das ist nur Rumgehäte, dann tut es mir leid. Dann bist du wahrscheinlich intelligenzmäßig nicht auf dem Niveau dieses Artikels, oder besser gesagt, um diesen Artikel zu verstehen. Ich habe diesen Artikel verstanden und ich habe in den letzten Jahren wirklich auch gemerkt, Kollegah hat sich nach und nach immer mehr in dieser bosshaftartigen Charakteristik eingemauert, würde ich mal so sagen. Es ist nicht schön, was man im Moment von Kollegah sieht und hört. Er hat jetzt in einem Video auf seinem Felix-Blume-Kanal wieder mal ein Video rausgehauen oder sogar mehrere Videos in dieser Woche rausgehauen, wo er gegen Instagramer, YouTuber einige Sticheleien rausgehauen hat. Und zwar hat er einige Dinge über den sogenannten KuchenTV rausgehauen. Und zwar soll wohl KuchenTV einer seiner größten Hater im Internet sein. Ich bin ehrlich gesagt auch ein Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich gucke mir regelmäßig ab und zu mal KuchenTV-Video-Talks an. Also ich finde die auch ziemlich interessant und die treffen auch hier und da mal wirklich den Nerv der Menschen, ist klar. Aber er sagt auch größtenteils immer die Wahrheit oder besser gesagt, er sagt Dinge, die wirklich ein anderer vielleicht nicht sagen würde. Vielleicht würde man das jetzt nicht im Internet so posauen, aber er tut es. Das ist cool, das finde ich echt toll. Ich liebe es, wenn Leute mit viel Reichweite mal auch mal gegen den Strich arbeiten und nicht mit dem Strich. Versteht, was ich meine? Bei Mois ist es beispielsweise der Fall gewesen in den letzten Monaten und Jahren, dass er sich mit diesen ganzen Rappern so cool ein-of-love gemacht hat. Ja, und im Endeffekt war das nicht mehr der originale Mois. Und ich gucke mir nicht wirklich jedes Video von Mois mehr an, weil er nicht mehr real ist, meiner Meinung nach. Er war mal wirklich damals einer der Lieblings-YouTuber von mir auf der Top 100-Liste, aber mittlerweile kommt da wirklich nur noch Scheiße raus mit. Du lachen, du verlieren und so eine Kacke. Finde ich cool, mache ich auch hier nur wieder gerne solche Videos, aber wo ist der echte Mois geblieben? Ja, das finde ich auch ziemlich schade. Ja, Freunde, könnt ihr euch gerne diesen Artikel rap.de gerne reinziehen. Ich werde euch den Link unten verlinken oder besser gesagt, ich werde ihn reinkopieren, dass ihr euch den anschauen könnt. Ich danke euch schon mal fürs Einschalten. Schaut euch diesen Artikel bitte 10, 20 Mal an, lest ihn so oft wie möglich durch und ihr werdet irgendwann mal auch merken, dass an diesem Artikel nichts falsch ist, sondern es sind einfach nur in erster Linie Tatsachen. Es sind wirklich nur Tatsachen. Zieht euch diesen Artikel rein. Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde und peace and out. Abonnier meinen Kanal, lass ein Like da und bis demnächst.